Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu diesem kurzen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, nicht erschrecken. Gestern ging es mir eigentlich schon wieder etwas besser und dann kam plötzlich der Schnupfen, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Ja, bin ich eigentlich seit letzter Nacht nur am Naseputzen. Es soll auch nur ein kurzes Video werden. Und deshalb habe ich mich jetzt auch nicht extra geschminkt. Ich denke, jeder kann das verstehen, wenn man so erkältet ist. Dann ist einem nicht so nach Schminken. Aber nichtsdestotrotz möchte ich die zwei Gewinner bekannt geben, meiner versteckten Verlosung, die ich ja versteckt hatte in meinem letzten Abschmink-Talk-Video. Und ich hätte nicht gedacht, dass so viele mitmachen und das finden. Deshalb erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass so viele mitgemacht haben. Danke für eure lieben Kommentare. Ihr brauchtet mir einfach nur einen Kommentar da lassen. Es haben so viele kommentiert und es macht so viel Freude, einfach mir die Kommentare durchzulesen. Das tut einfach unendlich gut. Das solltet ihr wissen. Und natürlich, ja, es können jetzt nur zwei gewinnen. Das heißt, es gibt ja quasi einen Hauptpreis und einen Trostpreis. Und ja, ich habe jetzt mit dem Zufallsgenerator zwei rausgesucht quasi, zwei Gewinner. Ja, der Zufallsgenerator hat entschieden. Und ja, ich werde jetzt das Kommentar vorlesen. Ich habe es mir ausgedruckt. Der Gewinnerin des Hauptpreises. Ich lese erstmal vor, ja. Hallo Nadine, toll mal wieder ein Abschminkvideo von dir zu sehen. Die mag ich ja besonders. Würde mich natürlich freuen, wenn der Zufall mich auswählt. Mach weiter so. Schönen Sonntagabend euch. Liebe Grüße. Ja, vielleicht hat diejenige sich jetzt in ihrem Kommentar wiedererkannt. Ja, ich gratuliere dir recht herzlich. Die Gewinnerin heißt Manja Dornbusch. Ich zeige es euch. Ich blende es auch nochmal ein. Genau. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere dir. Du hast quasi den Hauptpreis gewonnen. Und ich werde mich jetzt bald mit dir in Verbindung setzen. Schau mal die Tage in dein YouTube-Postfach. Da schreibe ich dir. Also meine allerherzlichsten Glückwünsche. Und danke für deinen lieben Kommentar. So, jetzt kommen wir zum Trostpreis. Ich lese auch da erstmal den Kommentar vor. Es ist ein etwas längerer. Liebe Nadine, hast dir wieder viel Mühe und Zeit bei deinem Abschminkvideo genommen. Das Jahr 2015 hat dich ja mit 10.000 Abonnenten belohnt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so und bleib, wie du bist. Deine Flugangst kannst du auch mit den Rescue Remedy von den Bachblütenessenzen einigermaßen bekämpfen. Lass dich doch mal in der Apotheke beraten. Aber denke auch an die schöne Chorreise. War mal mit meinem Chor in New Orleans und zehre immer noch von den wunderschönen Tagen. Wünsche euch bei eurem Wettbewerb viel Glück. Dann bis zum nächsten Video. Deine Kat Momoli. Ja, ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlichst für deine lieben Worte auch zum Thema Flugangst. Ich hatte es kurz angerissen im Abschminktalk. Genau. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Genau. Und ich gratuliere dir, die liebe Kat Momoli. So ist ihr Name. Ja, du hast den Trostpreis gewonnen. Und ich werde mich auch mit dir ganz bald in Verbindung setzen über YouTube. Musst du mal in deine Postfach reinschauen. Und ja, und dann hoffe ich, dass ich dann bald von euch höre, von den Gewinnern. Ja, ihr Lieben. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz lieb bei euch, dass ihr alle teilgenommen habt. Und ja, die meisten wissen, das Jahr hat ja gerade erst begonnen. Und mit Sicherheit war das jetzt auch nicht meine letzte versteckte Verlosung. Ja, und ja, das soll es auch gewesen sein. Ich werde mich jetzt gleich wieder ein bisschen, ich wollte mal so ein kleines Kamilledampfbad machen für meine Nasennebenhöhlen und mich ein bisschen schonen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich bald wieder ganz gesund bin. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, ganz, ganz wichtig ist immer, bleibt gesund und bis ganz bald, eure Nadine.